Seit Tagen trauert die Welt um Tina Turner. Die Sängerin verstarrt mit 83 Jahren in ihrer Wahlheimat der Schweiz. Jetzt wurde ihre Todesursache bekannt gegeben. Wie ein Sprecher gegenüber Daily Mail bestätigt, ist Tina Turner eines natürlichen Todes gestorben. Näher wird in dem Statement nicht darauf eingegangen, bisher war lediglich bekannt, dass sie vor ihrem Tod an einer längeren Krankheit litt. In den letzten Jahren machte Tina Turner viele Gesundheitsprobleme öffentlich. So erlitt sie einen Schlaganfall, erkrankte an Krebs und hatte mit Bluthochdruck zu kämpfen. Das führte schließlich dazu, dass sie eine neue Niere benötigte, die ihr ihr Ehemann Erwin Bach spendete. Außerdem hatte sie mental mit den Nachwirkungen ihrer von Gewalt geprägten Beziehung mit Ike Turner zu kämpfen und musste den Tod zweier ihrer Söhne verarbeiten. Bis zum nächsten Mal.